Hätte ich wieder Bock mit meinem Main zu kommen, den einfach mit einem Schlag zu töten, weißt du. Jetzt habe ich auch nicht meine Seelen. Obwohl, warte, doch, ich könnte die Waffe upgreenen. Mal ein bisschen mehr schauen. Ich habe da eben eine Seele gefunden. Aber zum Glück haben wir, ähm... War jetzt natürlich ärgerlich, dass er da echt noch runtergesprungen ist und zu dir geschafft hat. 10.000. Der Held gibt 10.000, nice. Ja, das war, ich habe es absolut nicht gedacht, weil bei mir ist er weitergelaufen. Anscheinend ist er nochmal zurückgegangen. Er hat sich da, warte noch, mit dem Dingsbit aufstellen. Ähm, Gegenstand, Waffe verstärken. Hier, wir haben Ushigatana schon auf 6 gemacht, jetzt nochmal 7. Jetzt kann man sogar auf 8 machen, jawohl. Jetzt fehlt uns eine große Scherbe, damit wir das weitermachen können. Wir haben schon den Schaden, glaube ich, fast verdoppelt von Ushigatana. Hey, wer bist du denn? Und weg bist du? Der hat echt gut gemacht. Und ich konnte auch nichts machen, weil ich kann gegen den nicht im Nahkampf kämpfen. Der war einfach zu hohes Level, zu gut gegiert. Ich musste weglaufen und das hat er ausgenutzt und mich sofort exekutet. Und dann hat er den Zauber Wucht benutzt. Und Wucht ist so ein mega mieser Zauber, der geht nämlich hin. So, ich bin jetzt da. Ich löse ihm die Falle aus. Und tötet einer von den zwei Schlangen. Und Wucht hat mich halt nach unten... Wucht, au... Wucht hat mich extrem nach unten geschubst, wie ihr gesehen habt. Das ist ein Zauber, der macht wenig Schaden, aber er schubst halt die ganze Zeit. Du kannst stellen, ne? Ist schon platziert in der Mitte. Hat er sich aber auch das beste Gebiet ausgesucht, um Leute zu nerven, ne? Vor allem die Position. Ich weiß gar nicht, wie der da hochgekommen ist. Der spawnt immer entweder am Anfang oder am Ende. Das heißt, wenn der von oben aus invasiert... Das Problem ist, das war irgendwie... Weißt du, wo drauf verstanden? Der stand auf der Stange von den Schwingseilen. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie nochmal hochkommt. Das ist der, das kommt von der Position an, von der du joinst. Das ist einfach runtergejumpt. Der ist oben gespawnt schon. Also der ist beim Endkick. Oh, ich sehe dich, sehe dich, glaube ich. Jawoll. Nein, ich habe Abkirchen gemacht. Nein, das ist weg. Oh mein Gott. Ich habe mich verklickt. Kannst du nochmal neu stellen? Ich lege es nochmal neu, ja. Das ist ein bisschen mehr mittig. Weil ich hoffe, das wird mir jetzt angezeigt. Nicht, dass wir das so abspeichern. Fuck. Jawoll, ich sehe dich, ich sehe dich. Jawoll, bist du da. Alles klar. Ich gehe nun schon mal vor. Alter, das war jetzt mega bitter, mein... Wir hatten sogar... Wir waren schon ziemlich weit eigentlich. Wir waren schon... Wir wollen ja nicht spoilern, wie weit das noch geht. Aber jetzt fehlt hier auf einmal einer. Ja, aber es waren keine... Ähm... Kringseide mehr über uns. Deswegen denke ich mal nicht, dass es noch allzu weit geht. Komisch. Mir hat eine Schlange hier gefehlt. Welche Schlange hat gefehlt? Die, die da stand eigentlich. Die auf der Brücke? Ja. Okay. So. Achtung, ich mach... Pfeil aktivieren. Ich bin noch unten. Ach, wir haben jetzt sogar alles gespe... Loll. Okay. Ich hab uns noch einmal geheilt. Die schlafende Schlange ist auch tot. Okay. Die Kugeln sind umgelenkt. Das ist perfekt für uns. Oder? Ja, die Kugeln sind umgelenkt. Ich bin trotzdem... Nein. Oh, ich bin fast gestorben. Ja, bei mir kam nämlich gerade hier eine Kugel an. Okay. Aber ich hör die, dass die dann auch sind. Die sind... Bei mir waren die Kugeln gerade beim Schlafen... Boah, ich muss mich gerade mega konzentrieren, ne? Ja. Bei mir waren die... Ist gut. Bei mir waren die Kugeln, ähm... Bei dem Schlafenden eben. Aber jetzt sind die bei mir hier wieder. Ja, jetzt sind die Kugeln bei mir hier. Ich versuche hier da durchzulaufen, ne? Nichts Mal schaffe ich das, um die Schaden zu machen. Ich bin noch etwas weiter hinten. Der hat uns an der schlimmsten Stelle invasiert. Das regnet mich mega auf. Oder... Hier kommt gar keine... Doch, die kommen ja. Und ich hab's das hier. Die sterben. Ich muss nur hier... Zwei Kugeln. Habt ihr das gesehen? So ein kleiner... Boah, wir haben's geschafft. Mein Gott, Alter, das ist knapp die Scheiße. Kann's kommen. Ja. Hä? Ich hab's umgelenkt. Oh, fuck, jetzt sterb ich. Wenn ich Pech hab, sterb ich jetzt, ja. War klar. Ich lenke nochmal um. Ich hab's umgelenkt. Hat mich getwittert. Ernsthaft? Ja, es hat mich zweimal erwischt. Das hat mich einmal erwischt und runtergeschubst. Und dann beim Aufstehen nochmal getwittert. Kannst du hier hochlaufen? Ja, natürlich. Verzweiflung. Du musst jetzt nur aufpassen, dass der Typ dich nicht wieder invasiert. Dann hab ich echt ne Arschkarte. Ja, hier ist ne Schlange, die ist von Tee. Die müssen nicht weiter vorgehen. Das glaub ich nicht. Doch, jetzt geht die weiter vor. Ich bin jetzt, ähm, da, da, wo der uns das erstmal invasiert hat, weißt du? Wo man gegen diese Blitzschlange kämpfen muss. Okay. Ah. Ich nehm jetzt dauerhaft. So. So, die Schlange ist tot. Jetzt bin ich sozusagen da, wo links die Falle ist. Ich hab mein Glut wiederbekommen. Menschlichkeit hab ich benutzt im Glück. Man muss dazu sagen, äh, man kann nur zusammen spielen, wenn man auch ne Menschlichkeit benutzt hat. Also wenn man ein Mensch ist. Als, ähm, als, wie heißt das? Oh, ich bin fast... Nochmal Hülle. Pass auf. Lass uns nochmal weitergehen. Kommen wir vom oberen Weg her. Jawohl, das hab ich geschafft. Okay, okay. Das passt. Er hat nix gedrofft. Jetzt muss ich die Fallen aktivieren, ohne zu sterben. Ähm, bei welchen Fallen bist du, Bruder? Allerletzten. Ah, okay. Ähm... Ich mach jetzt sozusagen den Weg nach oben frei, weißt du? Ich bin jetzt oben angekommen. Ich leg meins... Da müsste ne Nebelwand oben sein, oder? Genau, genau. Ich leg's direkt danach. Ich seh jetzt den Dicken, der diese, ähm, Kugel einbeht. Den seh ich auch gerade. Genau, da bin ich... Ich steh da auf der Treppe. Ich weiß nicht, wie weit ich vorgehen darf. Ich hab, ähm... Am Ende von der Treppe hab ich meins hingelegt. Okay, ich warte dann mal hier. Gucken, ob wir das nochmal zusammenfinden. Deswegen... Mein Gott, seins feste, ne? Das ist so ne endlose Scheiße hier. Oh, ja. Jawoll, Clouf-Symbol. Phantom wird gerufen. Ich werd gerufen. So. So aufpassen. Hier gibt's nämlich noch so einen Clouf-Symbol. Achtung, vor dir oben. Da oben ist er. Da oben ist er. Oh mein Gott, und... Wir haben's gesehen, was er machen möchte. Wow. Ja, warte mir nicht. Dann komm ich hier mal und... Erstmal explodiert hier alles. Wir wirften noch eins. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Alter, das ist nicht sein Ernst, Mann. Dreimal, dreimal an einem einzigen Feuer. Oh, eine Scheiße. Die ganze Scheiße nochmal von neu. Ich hasse hier sein Spester. Hab ich das schon mal gesagt? Soll ich runterkommen? Oder oben warten. Ja, ja, ja. Komm, komm mir mal entgegen. Du kannst das ja auf den Boden irgendwo legen. Dann guck mal, ob wir das unterwegs immer wieder sehen können. Ich muss ja jede Schlange besiegen. Oh. Ich hab, bei mir dauert das... Oder soll ich einfach durchrushen? Ich überleg das. Ich könnte auch durchrushen. Ähm, mach das mal besser nicht. Weil das Durchrushen, das kann oft ziemlich gut passieren. Seil. Das Blöde ist halt wirklich, diese Drecks, äh... Schlangen sind... Die haben die übelsten Kettenpanzer an. Oder keine Ahnung wieso. Aber die halten so viel aus. Nein. Jetzt hab ich eine Fall ist sogar verfehlt. Von denen. Komm her. Ich muss jetzt einmal noch executen. Aber ich merk schon, dass ich mehr Schaden bei denen mach. Als ich das alleine probiert hab, hab ich nur irgendwie 60 Schaden gemacht. Also dieses Waffen-Upgrade bringt echt einiges. Mhm. So. Also ich bin jetzt da, wo er uns das erste Mal inversiert hat, okay? Okay. Ich komm wieder hochgelaufen. Ich bin jetzt die ersten beiden Schlangen durch. Jetzt kämpfe ich sozusagen auf der Brücke. Aber das ist ja... kein Problem. Oder... Ach doch, hat mich nur unten geschützt. Das war dumm von mir. Aber ich bin nicht tot. Pass auf, da unten sind die Großen. Ja. Ich seh's. Ich kämpfe gerade gegen den. Ich hab den aber umgangen. Kein Ding. Die haben sogar Blitzfähigkeiten. Ich muss aufpassen. Ich hab nur noch zwei, drei Seelen. Ich glaub ich hab nur noch drei... Äh, dreimal... Wie heißt das? Menschlichkeit. Menschlichkeit. Das ist fies natürlich. Sonst müsste ich einmal an 2 Farmen gehen. Ich weiß auch wo. Ich kenn keinen Farmspot für Menschlichkeit. Doch, ich bin so auf. So, ich bin jetzt oben am... ...Drehkreuz von den Steinen. Ich mach dich noch ein bisschen vorsichtiger. Ich kämpfe jetzt auch mit... ...feuer. Bist du auf der Ebene mit den Blitzwerfern? Warte, warte. Ich muss aufpassen. Ich kann den nicht nach unten schützen. Ich kann den mit Schild einfach nach unten blocken. Jawohl. Wie ist das da? Ich bin jetzt, ähm... ...gegen den Blitztypen kämpfe ich jetzt. Sofort. Gegen den Dämonen? Ähm, soll ich dir da helfen? Nee, nee, nicht Dämonen. Ich bin schon längst wieder oben. Ich bin schon längst wieder oben. Achso, okay. Gegen den auf der Brücke, weißt du? Boah, ist schön ausge... Habt ihr das gesehen? Das war Pro-Light. Da kann mir kein... Nein, nein, nein. Ich... Oh mein Gott. Ich hab ein Problem. Ich hab nur noch... Hados, geht noch. Mein, ich bin zu langsam. Habt ihr das gesehen, dass ich dem ausgewichen bin? Nein, das war dumm. Ich bin nochmal ausgewichen. Boah, Junge, ich bin... Ich bin hier. Oh mein Gott. Ich bin jetzt bei dem Schlafenden. Okay, da bin ich jetzt sofort auf. Da kannst du dann legen, auf die Brücke. Den sollte ich sofort sehen. Ich hab noch einen Feuerball. Ich kann den einen Blitztypen gleich nicht mehr killen. Das würde ein Problem sein. Ähm, wenn... Ich leg's genau auf der Brücke. Jo. Ja, beziehungsweise am Ende von der Brücke. Ähm, ich kann... Ich hab noch meine ganze Magie... Bereit, also... Okay, okay. Also auf der Brücke seh ich jetzt keinen... Ich warte mal hier ein bisschen. Am Ende von der Brücke, also da wo es weitergeht dann quasi. Da wo die Steine lang gehen würden, ne? Da wo man auch nach unten geht quasi, den Weg. Unten? Ah, ich hab's gefunden. Ja, zu dem Stafnen. So, ich geh dann schon mal vor. Anscheinend... Heute keine Steine hier. Da kommt der. Jetzt sag ich wieder Steine. Oh, ich muss gegen zwei Stück auf einmal kommen. Du bist da. Komm, da hergelaufen. Ja, das passt. Die blocken sich ein bisschen gegenseitig. Okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Lass mich ruhig vorgehen. Ja. Wenn man was deutlich... Oh, fuck. Wenn man was deutlich mehr Schaden gegenüber... Oh! Nein! Fuck, ich hab dich nicht geschafft zu ein... Oh Gott. Ja. Versuch einfach dein Glück. Ich komm da gleich wieder. Ich muss sie hier in die Enge treiben. Und dann einfach in Distanz Angriff machen. Das ist natürlich ziemlich fail von mir. Wobei einer ist tot. Den kann ich jetzt exeküten. Wenn die alleine sind, kann man die... Oh, selbstverständlich nicht. Egal, kein Ding. Noch sieht's gut aus für uns. So, ich lauf jetzt hoch. Deaktivier das... Ich bin jetzt an der Falle, wenn ich das überlebe. Jawohl, ich hab's überlebt. Ich frag mich, wieso eben das erstmal die Falle deaktivieren nicht geklackt hat. Weil der hat die umgelenkt. Aber die ist trotzdem auf dich gegangen. So, ich geh jetzt... Jetzt hab ich die Vierer... Ähm... ...feilfeiert. Die hab ich auch deaktiviert. Oder... ...ausgeschaltet. Jetzt... ...hab ich ein kleines Problem mit mir. Warte, hier kann ich nicht weiter. Jetzt kommt die... ...fünfte Äxte. Wo man einfach einmal durchlaufen kann. Wo ist ich gegen ihn kämpfen? Nein. Ich dachte, ich hab von Anto einen geproht. Ja, genau den hab ich geproht. Jetzt kämpfe ich gegen den Blitztypen und gegen den kann ich einfach nix machen. Bis dann! Gut, drauf! ��� Cai! Untertitelung des ZDF, 2020